Herzlich willkommen bei Nivan und einer Anfänger- oder eher gesagt Spieler-Guide für den Haustierkampf gegen Sissix an der verheerenden Küste. Und zwar benötigt ihr dazu theoretisch nur zwei Haustiere, das dritte bei mir war eigentlich nur zum Leveln drin. Und zwar benötigt ihr nur das düster Schnabeljunge und das eiserne Sternchen. Wenn ihr die folgenden Schritte befolgt, wie sie in dem Kampf angezeigt werden, werdet ihr diesen Kampf zu 100% gewinnen. Ich wünsche euch damit viel Spaß beim Ansehen und viel Erfolg im Kampf! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!